Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, wir sind nicht an unserem alten Ort, sondern wir sind an unserem neuen Ort. Normalerweise waren wir am Anfang da hinten unter diesem riesengroßen schwebenden Turm. Jetzt sind wir hier. Haben so ein, zwei Dinge. Ich muss direkt von einigen Geschehnissen zwischen den Folgen berichten. Zum einen, das Schlimmste, unser Dilo ist tot. Den habe ich eiskalt verhungern lassen. Ich gebe mir die Schuld. Shame on me. Dann hatten wir ja einen Trike, 150er Trike mit Baby gesehen. Die Mutti, die war weg. Die war irgendwann einfach weg. Und jetzt haben wir aber das Baby, haben wir mittlerweile hier in unserer Gruppe, in unserem Stamm. Der gute Lucky. Fertig ist er allerdings noch nicht. Der ist bei 80,7%. Also der muss noch einige Zeit wachsen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz nettes Tier. Level 225 können wir uns, glaube ich, nicht allzu sehr drüber beschweren. Julina hat mittlerweile einen geileren Sattel. Den haben wir nämlich gefunden. Blueprint für einen richtig geilen Sattel. Statt 20 Rüstung ist hier 48,8 Rüstung drauf. Richtig gut. Ja. Ist allerdings auch richtig teuer. Kostet über 1000 Leder. Das ist natürlich jetzt momentan, im momentanen Zustand, das ist noch recht schwierig zu erfarmen, das Ganze. Oh, hier liegt ein Ei. Hä? Wieso hast du das eigentlich eingesammelt? Und das ist auch nicht... Hä? Ich drücke doch F. F, pick up all nearby. Ist das nicht nah? Ich habe gedacht, dass wir die zwei Meter, die dieses hier sind, dass die auch als nah gelten. Naja. Wie auch immer. Außerdem, hier haben wir ganz schön ein kleines Strohhäuschen gebaut. Nur aus Stroh, aus dem ganzen einfachen Grund, weil das ganze Strohmaterial, die ganzen Strohbauteile, die haben wir erhalten aus den Jungs hier. Oh, das ist gut hier. Small Crop Plot. Wobei, ist gar nicht so gut. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir euch den Small Crop Plot. Und größere. Wäre nämlich auch etwas, was ich ganz gerne in dieser Folge machen möchte. Ja, so ist der aktuelle Stand. So ist der aktuelle Stand im Grunde genommen. Um euch mal abgeholt zu haben. Und jetzt, in dieser Folge, wie gesagt, würde ich ganz gerne einmal anfangen. Hier, ähm, so ein kleines... Die Mauer, die muss ich euch nicht erklären, ne? Die habe ich halt gebaut. Sieht man ja. Einfach damit von dort aus. Das spawnen nämlich, sieht man auch ganz gut gerade. Immer sehr gerne Raptoren. Da hinten. Da latschen sie rum. Die zwei und der eine Dilo. Der ist aber nicht so wild. Dann haben wir vielleicht Glück und die kommen hier nicht wirklich drüber. Wobei ich meine, beobachtet zu haben, dass die Raubtiere, die Carnivoren in Arc Survival Ascendant, nicht so gern von sich aus ins Wasser gehen. Ich habe sogar einen Raptor beobachtet, der hinter einem Para hergerannt ist. Der Para ist ins Wasser und der Raptor hat gesagt, nee, ich will nicht nass werden. Übrigens auch ganz interessant, da hinten im Wald irgendwo, da rennt ein Rex rum. Insofern könnt ihr da gerne mal euer Adler-Auge draufhalten. Könnte sein, dass da eventuell demnächst was passiert und wir dann tot sind und all unsere Tiere. Vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Ich würde gerne, in dieser Folge, würde ich ganz gerne einmal hier so einen Stonewater Intake bauen. Einen Feeding Throw. Und zusätzlich hätte ich noch ganz gerne, warte mal, den Medium Crop Plot. Den können wir sogar auch schon. Siehst du, den hatte ich schon erlernen. Level Up. Level 39 sind wir mittlerweile. Das geht schnell, ich sag's euch. Ich habe aber nochmal ein bisschen runtergestellt. Dürfte jetzt sehr viel langsamer gehen. So, dann würde ich ganz gerne einmal hier diese Intake, würde ich ganz gerne bauen. Damit nehmen wir nämlich Wasser aus dem Teich. Soviel dazu. Wir nehmen Wasser aus dem Teich. Wenn das Spiel nicht abschmieren würde, würden wir Wasser aus dem Teich nehmen. Aber ist ja nicht so schlimm. Gehört halt auch zum Spiel. Wenn man DLSS anhat, dann gehört zum Spiel, dass man so alle zwei Stündchen oder sowas mindestens, hat man einen Absturz. So ist das nun mal. Das Schöne ist aber, das haben sie richtig gut gemacht. Das haben sie richtig gut gemacht. Und zwar jointt man sehr schnell wieder nach. Äußerst schnell. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Musste gerade mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. So. 3, 2, 1. Plupp. Sind wir wieder da. Auch Servernike starten und sowas geht super schnell. Das haben sie gut gemacht. Wieso sie die DLSS einbauen und dann funktioniert es nicht richtig, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Vielleicht teste ich da auch nochmal einen anderen. Einen anderen. Ach guck mal, jetzt haben wir hier eine Reihe. Da wurde gerade eine Reichweite angezeigt. Das ist ja eine Riesenreichweite. Interessant. Das ist ja eine Riesenreichweite. Meine Güte. Naja, nicht so wild. Ich würde ganz gerne jetzt hier einmal so ein Croplot, so ein Pflanzbeet würde ich ganz gerne hinsetzen. Aber nach Möglichkeit hier mittlere Größe. Brauchen wir ein paar Steine für 28 von 50. Haben wir dazu vielleicht noch welche? Jawohl. Wollen wir mal machen. Weil, dann können wir uns nämlich mal anfangen, so ein paar, so ein bisschen Gemüse anzubauen. Das Gemüse braucht man hauptsächlich, kann man natürlich auch selbst essen, sich selbst ein paar Süppchen kochen und so. Braucht man aber auch für Trockenfutter für Dinosaurier, damit die Effizienz beim Dinosaurierzehen möglichst hoch ist. Und hier würde ich jetzt ganz gerne einmal ein paar Rock-Carrot-Seeds. Das hier sind Azul-Berry-Seeds. Gucken wir mal gerade, ob wir ein paar Rock-Carrot-Seeds da haben. Welche waren das nochmal? Mio-Berrys. Stim-Berrys. Wie sahen die denn nochmal aus? Narco-Berrys, ist klar. Jetzt haben wir keine. Hütst du mich? Hütst du mich veräppeln? Jetzt also. Mio-Berrys. Wir haben hier. Da. Das ist Nummer eins. Hier. Da sind sie vorhin schon. Kann doch nicht sein, dass wir keine entsprechenden Samen haben. Longgrass. Und hier. Zitronal. Klingt halt auch irgendwie wie irgendwas, was. Wie ein Medizin oder so. Das sind letzten Endes die vier Gemüsesorten. Eigentlich sind es Moorrüben. Also Moorrüben, Kartoffeln. Hier. Mais und Zitronen. Kann man im Grunde genommen sagen. Wieso sie sie nicht so genannt haben, ich weiß es nicht. War bestimmt wieder irgendein Entwickler gerade in seiner kreativen Phase. So, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Zwei könnten wir uns noch bauen. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir uns alle drei einmal bauen würden. Noch drei bauen würden, damit wir alle vier Gemüsesorten anbauen können. Gucken wir mal. Haben wir irgendwo noch ein bisschen Holz? Du hast kein Holz mehr? Gut, dann besorgen wir uns mal schnell welches. Müssen die Palmen hier eben weichen. Aber ist ja kein Problem, die wachsen danach. Innerhalb von Null kommen wir nix. So. Zack. Hier nochmal ein bisschen. Reicht es schon. Äh, eins. Zwei. Und jetzt noch Stein. So. Wir brauchen natürlich dafür auch noch Dünger. Aktuell haben wir nicht wirklich richtigen Dünger. Wir haben nur Kacke zur Verfügung. Ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, wie viel Kacke wir überhaupt haben. Ha. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wir haben ja ausreichend Tiere. Da ist natürlich das Fiomia. Dieses schweinartige Tier ist natürlich immer sehr sinnvoll. Weil, äh, ich nehme zumindest stark an, dass es noch immer so geht. Da kommt richtig was raus. Ach, guck mal. Hups. War ich das? Wer war das? Wer hat hier gerade gekackt? Und wieso? Wieso liegt hier nirgends Kacke? Ein Ei? Herzlichen Glückwunsch. Tja. Ich hatte irgendwie gedacht, ich wäre das gewesen. Aber gut. Ab einem gewissen Alter weiß man immer nicht, ob man es selbst ist oder jemand anderes war. Ist ja aber nicht so schlimm. So, warte mal. Hier können wir nicht. Underwater. Okay. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Äh, ein bisschen, doch. Ne, Stein. Hier. Hier ist übrigens direkt so ein Fiomia. Siehste? Nur zur Demonstration. Man könnte man natürlich mal schnell. Okay. Ich meine, wofür sind wir denn hier, wa? Wenn sich das Tier hier so präsentiert, dann machen wir das einfach. Ark lebt halt auch, oder Survival Games allgemein, äh, meiner Meinung nach leben die sehr von, äh, von der spontanen Aktion, wenn man sich zu sehr festlegt auf irgendwas, Stichwort Dinosaurier ziehen. Ich hab, früher hab ich den Fehler gemacht und hab gesagt, ich möchte jetzt ein Argentavis. Ich möchte jetzt ein T-Rex ziehen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Über 25 Stunden keinen passenden T-Rex gefunden. Und, äh, voll unzufrieden gewesen. Viel geiler ist das, wenn man einfach sagt, ich werd mal so einen groben Plan, hab ich. Ich fang einfach mal an. Und was dann passiert, das passiert dann und ich reagiere dann entsprechend. Und jetzt ist es eben das Fiomia. Und, äh, der Gedanke an Kacke, der mich dazu treibt, dieses Schwein dort zu betäuben und zu zähmen. Das machen wir mal ganz schnell. Das dürfte auch nicht so lange dauern, hat ja kein hohes Level. Wir brauchen auch in dem Fall kein hohes Level. Dumm war, diese Samen hier rauszunehmen, äh, obwohl wir sind noch nicht einpflanzen, weil die sind dann natürlich nicht so lange haltbar. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt würde ich ganz gerne einmal kurz das, äh, Fiomia erstmal. Betäuben. Ich weiß nicht, ob die zwölf Pfeile reichen. Da gibt es ja so schlaue Seiten wie, äh, Dorodex. Äh, werde ich aber jetzt einfach mal nicht nutzen. Wir brauchen sowieso früher oder später mehr. Pfeile. Also können wir uns einfach nur ein paar herstellen. Ich meine, vielleicht weiß ich gleich plötzlich aus, äh, aus magischer, äh, Hand, und habe ich plötzlich irgendwo die Info her, ähm, wie viele Pfeile wir denn brauchen, um dieses Fiomia-Level, was hat das für ein Level? Was habe ich gesagt? Level 35 zu betäuben. Kann ja durchaus sein. Ansonsten schießen wir einfach drauf, bis es umkippt. War ja früher auch das Motto, als man solche Hilfeleine noch nicht hatte. Problem ist nur natürlich, man darf, äh, wenn es umkippt, darf man nicht noch einen Pfeil reinschießen, weil dann bekommt es ja Schaden und dann ist die Effizienz wieder runter. Aber wie gesagt, bei dem Tier ist es eigentlich relativ egal. Nicht nur relativ, es ist einfach vollkommen egal. Es soll einfach nur scheißen. Da stehen und kacken. Mehr soll es gar nicht tun. Nummer 1. Nummer 2. Auf dem Kopf ist übrigens teilweise auch nicht so sinnvoll. Nummer 3 hat schon gereicht. Sehr easy. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wahnsinn. Ähm. Auf dem Kopf kann teilweise dafür sorgen, bei einigen Tieren dafür sorgen, dass sie sterben, bevor man sie betäubt hat. Zumindest war es früher mal in ASE so. Vielleicht ist es hier auch gar nicht mehr so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber deswegen wäre ich mit dem Kopf immer mal ein bisschen vorsichtig, hätte ich gesagt. Das wollen wir mal sehen. So, ich würde ganz gerne einmal dem ein paar Bärchen geben. Die haben wir hier. 854 könnten eventuell reichen. Die Frage ist, ob das Tier aufwacht, bevor es ist. Können wir direkt mal gucken. 5,8%. 7,8,10% sind wir jetzt schon. Ja, und wir haben noch keine 10% Torpidity verloren. Wir haben jetzt hier gerade mal 40 Punkte verloren. Das Tier ist schon auf 17,5. Also das brauchen wir auf jeden Fall nicht betäuben. Das wird vorher auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Dann haben wir einen Kacke-Produzenten. Das ist sehr gut. Dann müssen wir dem guten nämlich nur ein paar Stim-Berries, die weißen Bärchen, reinschmeißen ins Inventar. Und dann geht der richtig ab. Was die Kacke angeht. Wir sollten uns zwei Dinge auch noch bauen. Einmal brauchen wir einen Kompost. Und einen Futterdruck hätte ich auch ganz gerne. Dafür brauchen wir allerdings 54 mal Wood. Äh, wo ist denn der? Hä? Haben wir doch schon erlernt? Siehste, guck mal. Der Vergangenheits-Bassi hat mitgedacht. Zu einem gewissen Maße. Ach da, den können wir so herstellen. Ja, super. Den machen wir da. Man weiß es nicht. Okay, das Spiel ist komplett kaputt. So, da sind wir wieder. Es gab zu viele technische Probleme. Deswegen habe ich einmal kurz die Aufnahme neu gestartet. In der Hoffnung, dass die Probleme jetzt weg sind. Also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt ein Fiomia. Wir haben jetzt dieses wunderschöne Tierchen. Weil so schön ist es jetzt auch nicht. Aber auch nicht hässlich. Kann man nicht sagen. Äh, und dieses wird uns jetzt die Wude vollkacken. Wenn wir folgendes tun. Und zwar, übrigens war das nicht geplant, ne? Es ist auch nicht gescriptet oder so. Dieses Fiomia hat sich einfach von ganz alleine her verlaufen. Keine Ahnung. Man könnte mir ja unterstellen, das wäre irgendwie gescriptet gewesen. Aber nein, war es nicht. Und dieses Fiomia bekommt jetzt von uns die Stim-Berries. Plus noch irgendwelche Bärchen, die einfach gut für die Gesundheit sind. Wie zum Beispiel, du müsstest doch noch jede Menge haben, oder? Ja. 1500 von den gelben. Welche waren das? Die Armor-Berries. Und hier haben wir noch mehr Stim. So, wenn wir dem jetzt die Stim-Berries geben und die Armor-Berries. Die gehen wir nicht, weil die Mayo-Berries brauchen wir immer zum 10. Wobei wir davon, glaube ich, auch ausreichend haben. Ich glaube, da müssen wir uns keine allzu großen Gedanken machen. Naja, nicht so wild. Wir werden aber folgendes tun. Und zwar werden wir hier... ...den hier machen. Das finde ich jetzt richtig geil. Äh... ...wurde aber tatsächlich verändert. Aha. Das funktioniert jetzt anders. Das war nämlich in Axel, weil wie Wolf war es so, dass jetzt hier wirklich einfach ein Riesenhaufen kackisch lag. Ist in dem Fall nicht mehr so. Also man muss scheinbar... Hm. Muss die komplette Animation abwarten. Reicht dann eine? Ups, das war jetzt... Ne, eine reicht nicht. Wie viele müssen wir denn geben? Fünf? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, fünf reicht nicht. Okay, es scheinen... ...vleich zehn. Es scheinen doch fünf zu sein. Ich hatte schon welche gegeben, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Jetzt hat es zweimal gekackt. Was? Sieben. Acht. Das ist ja komplett unregelmäßig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, gut. Auf jeden Fall. Boah, das ist ja ein Riesenhaufen. Ach, das ist jetzt ja auch so ein richtiger Haufen. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so... Das ist ja... Also, das ist ja toll. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch sensationell. Da kann man schon stolz drauf sein, oder? Ich finde das gut. Einen Riesenhaufen Scheiße. Weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über Kacke gefreut. Also, das heißt freuen. So richtig freuen kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Aber wir haben Kacke. So, es funktioniert ein bisschen anders als früher, aber es funktioniert. Und es reicht mir vollkommen. Es geht nicht mehr ganz so schnell. Also, man muss ein bisschen länger jetzt dem Tier hier beim Kacken zuschauen, beziehungsweise... Ich weiß auch nicht, womit das jetzt hier zusammenhängt, wie viele wieder... Naja, auf jeden Fall können wir jetzt hier jede Menge Kacke produzieren. Das ist wunderbar. Und können die dann hier reinschmeißen. Zusammen mit jeder Menge Thatch. Beziehungsweise Stroh. Und dann bekommen wir eben... Guck mal jetzt. Nice. Also, wenn ich einzeln die verfütter, dann geht es schon hintereinander weg, wenn ich jetzt gedrückt halte. Ah, okay, okay. Man muss... Ah, es geht um die Kacke-Animation. Wenn er so ganz entspannt hier die ganze Zeit E drückt, dann kann er entspannt einmal kacken. Der muss sich halt kurz aufs Kacken konzentrieren. Ihr könnt gerne auch mal durchzählen, wie viel mal... Wie häufig ich kacke oder kacken oder sowas in dieser Folge gesagt habe. Könnt ihr sehr gerne... Einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich selbst auch interessieren. Weil es ist schon echt eine Scheiß-Folge. So. Da wird jetzt fröhlich Dünger draus. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir hier einmal nochmal voll machen. Wir haben hier auch die Samen schon drin. Hier müssen wir natürlich auch nochmal Samen reinschmeißen. Und auch dort. Und dann müssen wir uns auch noch einen weiteren von denen... Ach, guck mal. Sind jetzt auch schon schlecht geworden hier. Aber Longgrass könnte eventuell noch passen. Mal gucken. Und dann haben wir hier noch die Kartoffeln. Zack. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Crop-Plot. Ein weiteres Beet. Kostet uns zwei Steine. Thatch. Thatch kein Problem. Steine müssen wir uns besorgen. Holz glaube ich auch. Aber das geht ja schnell. Machen wir ganz schnell hier. Ratzfatz schnüppeldiwapp. So. Und das Fiomia kackt natürlich auch von alleine. Aber eben nicht so schnell. Und das ist natürlich schöner, wenn man mal ganz schnell... Wenn man mal eben schnell Kacke braucht. Einfach mal eben kurz ein bisschen was produzieren kann. Funktioniert aber wie gesagt nur beim Fiomia. Zumindest in ASE war es so. Ich nehme mal stark an in ASE. Aber wird es genauso sein. Und muss halt auch kein hochleveliges Fiomia sein. Macht keinen Unterschied. Nur darauf achten, dass es nicht verhungert. Also dass man nur übertreibt. Und dann... Es kann durchaus auch sterben. Durch zu viel Kacken. Hä? 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 Was? Wo? Scheiße. Jetzt ist mir so ein... Blödes... Die Morphodon hier... In den Schlag gelaufen. Kacke! Kacke, Mann! Das darf nicht unser erster Tod sein. Wo ist es? Alter Vater, ey. Der hat mir mal eben 50% abgezogen. Der holt jetzt seine ganzen Geschwister. Gott sei Dank war nicht noch einer in der Nähe. Achso, das waren Narko-Pfeile. Der schläft. Ha! Der Arsch. Warte. Narko-Pfeile. Hier, der pennt. Die Morphodon Level 85. Heißt, jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder. Ich meine, irgendwie kann ich ihm ja auch nicht böse sein. Also irgendwie schon. Aber es war ja irgendwie ein Unfall, ne? Dass ich ihn gehauen habe. Der ist ja echt reingeflogen in den Flug. Entweder. Ich töte den jetzt. Wobei, muss ich gar nicht. Der wacht ja einfach wieder auf. Eigentlich muss ich es nicht, weil der wacht ja einfach wieder auf und dann ist gut. Oder ich zähme ihn. Aber das zähme Level 85. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Der wird auf jeden Fall schnell wieder wach. Können den halt auch zähmen. Mit normalem Fleisch. Wie lange dauert denn das? Problem ist halt, den können wir wieder kaum was anderes machen, weil wir ihn ja ständig hochbetäuben müssen. Aber ich habe ja den Vortrag erst gehalten. Ark und Survival Games leben von der Spontanität. Man muss immer das tun, was einem vor die Füße gelegt wird. Und in dem Fall wortwörtlich. Also, dann werden wir den Guten einfach mal zähmen. Eigentlich hatte ich ja ganz anderes vor. Eigentlich hatte ich ganz, ganz anderes vor. Dieser Folge. Ach, schön. Dafür mag ich ja solche Spiele. So, also. Dann brauchen wir einmal jede Menge... Wobei, warte mal. Wir haben doch sogar noch... Haben wir noch? Ne. Scheiße, ist schlecht geworden schon. Ah, ich hatte gedacht, wir hätten irgendwie Prime Meat noch. Wobei es ja ziemlich einfach ist, hier in ASA sich Prime Meat zu besorgen, ne? Brauchen wir auf jeden Fall ein paar hiervon. So viel steht fest. Äh, ich kann auch absolut nicht einschätzen, wie lange der jetzt liegen bleibt. Also, wie lange, wie viel Futter wir brauchen. Wie viel Hunger er bekommen muss. Äh, das müssen wir mal sehen. Das müssen wir uns mal anschauen. Äh, dann werden wir ihn mal eben hochbetäuben. Und dann könnten wir tatsächlich darüber nachdenken, ob wir irgendwo uns mal Nachwuchs widmen. Also, im Sinne von... Klingt jetzt halt... Es klingt nicht nur brutal, sondern ist es irgendwie auch. Aber wir bekommen halt das Bessere, das Filet. Mann, der droppt aber richtig schnell runter, ne? Wir bekommen eben das Filet, wenn wir... Einmal kurz hochbetäuben. Wenn wir Babys töten. Und ich meine, in die Richtung läuft irgendwo ein Paarer rum mit zweimal Nachwuchs. Soweit ich mich recht entsinne. Warte mal, das machen wir mal kurz. Wir besorgen uns mal eben schnell. Ein bisschen Filet. Denn Filet... Sorgt für schnellere Zähmung. Heißt, das Tier wird dann letzten Endes auch besser. Das möchte ich aber nicht alleine machen. Sondern das machen wir natürlich hier zusammen mit Jolina. Weil die... Äh, da geben wir nicht das Risiko ein, dass wir sterben, ne? Beziehungsweise bei Paras geben wir sowieso das Risiko nicht ein. Aber... Ihr wisst schon. Besser zu zweit als alleine. So. Auf geht's. Spitzhacke geht auch noch. Die funktioniert noch. Wunderbar. Ne. Besser einmal... Du läufst mir mal hinterher. Ich hoffe mal, wir treffen das Tor jetzt. Wir überarbeiten das gesamte Spiel. Wir machen bei ASA alles besser als vorher. Entschuldigt. Da müssen die Entwickler hier und da einfach ihren Kopf hinhalten. Es tut mir leid. Aber müssen wir. Nicht mal das Pathfinding von den Dinosauriern haben sie verbessert. Nein, ist ja gar kein Problem. Das Spiel ist ja trotzdem... Ich hab's außerhalb der Aufnahme, hab ich's schon gesagt. Es ist halt... Obwohl es irgendwie das Gleiche ist, ist es für mich ein ganz neues Abenteuer. Und ich hab richtig, richtig Spaß und Lust auf das Spiel. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt auch viel Platz nach oben. Aber jetzt soll's. So, warte mal. Wo war denn der? Da ist ein Affe. Ich mein, ich nehm auch hier das andere Baby. Mir ist das vollkommen egal. Aber... Ich bin mir recht sicher, hier war irgendwo ein Paarer mit zweimal Nachwuchs. Gucken wir mal, ob der Strike hinter uns herfindet. Hier. Du bist das. Guten Tag, Mutti. Äh, 75. Äh, wird uns natürlich auch ordentlich ein mitgeben, ne? Ähm. Jawoll. Immer drauf. Genau so. Immer drauf. So, wir können ja eigentlich... So. Bei den Kleinen, äh, lege ich, äh, selbst Hand an. Nicht, weil sie sich nicht wehren, sondern weil, ich find, wenn man, wenn man sowas, wenn man... von Baby-Dinos, wenn man von Baby-Dinos etwas haben möchte und wenn man sagt, boah, das ist, äh, ganz schön brutal, ich finde, dann sollte man es trotzdem selbst tun. Weil, dann weiß man, woher man es hat. Und dann weiß man, was dafür nötig war. Und nimmt es sich nicht einfach nur. Geht in Aldi und, und holt sich dann, äh, mal eben Baby-Parasaurus. So, hier haben wir jetzt wunderbares Filet. Das Problem ist, äh, da hinten, da liegt ein kleiner Dinosaurier auf dem Boden, der ganz gerne von uns gezähmt werden möchte. Und, äh, der liegt da nicht mehr so lange. Heißt, wir müssen jetzt ganz schnell mal zurückrennen. Schnell, 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 schnell. Eieieieiei, ich hoffe mal, der ist noch nicht wieder wach. Boah, ist auch weit, ne? Glücklicherweise, ähm, ist der relativ einfach zu finden. Der liegt nämlich direkt... Oh, keine Ausdauer mehr. Komm, gib mir Ausdauer. Achso, jetzt haben wir auch kein Wasser mehr. Ausdauer. Komm. Da ist er. Nee. Es ist genau jetzt losgeflogen. Wie geil ist das denn? Da fliegt ein Sonnenuntergang. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das war genau die Ausdauer. Das war genau die Ausdauer, ey. Das war exakt die Ausdauer. Das ist ja nicht so schlimm. Er lebt. Wir leben. Alles gut. Ist alles gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir nur umsonst das Primate gefarmt, ne? Wenn ich den jetzt nochmal versuche zu betäuben, dann geht der drauf. Deswegen lasse ich es einfach. Ich lasse ihn leben. Es war ja auch nur... Es ist ja auch nur aus etwas... Es ist halt geil, ne? Ich sage immer alles spontan und so. Ist auch alles spontan, aber irgendwie klappt hier gar nichts. Hier funktioniert einfach nichts. Na komm. Noch ein Stück. Äh... Oh, warte mal. Sie haben am Pathfinding doch was gemacht. Nur es funktioniert... Also sie... Okay. Also... Sie haben doch einen Pathfinding hier drin. Nur sie haben vergessen, das Tor mit reinzunehmen. Aber das ist schon mal ziemlich krass. Das ist... Also... Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Dass der Dinosaurier... Äh... Das Ende der Mauer gefunden hat. Also ein Pathfinding. Ein besseres ist hier definitiv drin. Nur... Sie sollten vielleicht auch noch die Tore mit reinnehmen. Die offenen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Naja. Was soll's. So, weswegen haben wir dann jetzt eigentlich Holz gesammelt. Äh, Stein. Wegen... Der Beete. Und dafür fehlt uns jetzt noch immer mehr Stein. Ach, du dickes Ei. Ich wollte jetzt erstmal schnell das Primate hier... Nach Hause bringen. Sind nur 20 und halten halt auch nicht wirklich lang, ne? Aber was soll's. So. So, noch mal was essen. So, das Beetchen hier. Nee, das müssen wir auf jeden Fall noch mal eben machen. Ja. Ganz anderen Plan gehabt für diese Folge. Schön. Ich mag das. Also ich finde es tatsächlich gut. Dass man hier immer... Äh... Dass immer noch was Neues passiert. Das unvorhersehbar ist. Wohin es für einen geht. Guck mal, da fliegt er. Die sind nicht schön. Ich glaube aber, der will irgendwie auch gezähmt werden, ne? Aber ehrlich gesagt habe ich vor dem auch ein bisschen Angst, weil die Morphodons... Ich erinnere mich noch, äh, damals als ich, äh, mal, zwei, dreimal... Äh... ...survival of the fittest, also das Battle Royale gespielt habe. Da waren die Morphodons eine Zeit lang einfach brutal, ey. Die haben einen so weggebracht... umgebracht. Weg umgebracht. Und auch jetzt haben wir ja gesehen. Die haben ja in kürzester Zeit 50% abgezogen. Verdammte Axt, ey. Naja. Naja, Leute. Was bleibt einem anderes übrig, als einfach drüber zu schmunzeln oder zu lachen, nicht wahr? So, den haben wir auch. Jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend... Äh... Jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend Stein. Jetzt fehlt uns nur noch... Äh... Thatch und Wood. Das könnte sein, dass das sogar hier ausreicht. Komm, gib mir ausreichend Holz. Ah, der hat nicht gereicht. Und da ist... Eins. Einmal Holz fehlt uns. Naja, kein Problem. So. Gut. Dann können wir uns jetzt hier fröhlich das Ding einmal bauen. Dann haben wir das. Aber ich sag mal so, wir hatten ja trotzdem was gemacht. Ja, in dieser Folge. Wir haben einen Kompost. Wir haben einen Kackespender. Ein Fiomia. Wir haben drei, beziehungsweise... Moment. Wir haben vier... Vier... Vier Beete. Mit dazugehörigen Pflänzchen, die darin sind. Äh... In dem Fall fehlt uns jetzt noch... Warte. Wat, 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 wat... Äh... Ich glaube, die Zitrone, ne? Ich glaube, die Zitrone fehlt uns noch. Und das wiederum ist ja eine der Voraussetzungen... Ähm... Um später dann Trockenfutter... Zu bekommen... Um sich Tiere schneller zu zähmen. Beziehungsweise auch in perfekter Kondition zu zähmen. Ist jetzt richtig, ne? Ne, war falsch. Habe gut gemacht. Habe ich richtig gut gemacht. Kann ich dann jetzt einfach eine neue Pflanze drüber setzen? Warte mal, wie war denn das nochmal, die Pflanze drüber zu setzen? Warte, jetzt muss ich... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz... Mich... Mich... Ah ja. Geht einfach so kaputt. So, hier haben wir... Longgrass. Habe ich gerade Longgrass mitgenommen? Das ist alles richtig. Also, die Zitrone war richtig. Scheint nur den falschen Samen mitgenommen zu haben. Hä? Ich habe auch nur aufs Bildchen geguckt. Ach, das ist Longgrass. Äh. Das hier war die Zitrone. Ich habe nur aufs Gelbere geguckt. Weil Zitrone, Gelb. Ich meine, Meist ist auch Gelb. Naja. Ich habe gerade versucht, jetzt zu erklären, weswegen ich diese Samen genommen habe und nicht die anderen. Äh. Ist, glaube ich, nicht so ganz geglückt. Aber es ist ja nicht so wild. So. Hier, wunderbar. Traumhaft. Gib mal her. Da, jetzt. Jetzt haben wir es. Schön. Herrlich. Jetzt haben wir hier endlich. Super. Und, äh, Kompost dauert immer sehr lange. Da müssen wir einfach drauf warten. Ist dann aber bedeutend effizienter, ne? Man sieht ja hier, wenn man hier drauf guckt, sieht man, äh, Irrigated 400 von 400. Und, äh, Ah, da, Fertilizer 73.238 haben wir jetzt hier. Äh, in dem Fall haben wir jetzt 44.000, weil hier weniger Kacke drin ist, ne? Allerdings ist es eben auch so, dass, äh, wenn wir jetzt das Ganze mit richtigem Dünger bestücken würden, dann hätten wir eine viel höhere Zahl als 69.000 stehen, ne? Entsprechend kann man länger sich nicht drum kümmern. Deswegen macht das immer Sinn, hier so einen Kompost aufzubauen. So. Na gut, dann haben wir ja, also wir haben irgendwie was geschafft. Ich habe nicht getan, was ich ursprünglich tun wollte. Ein paar Dinge haben auch nicht geklappt, wie sie sollten. Äh, also alles wie immer. Wie immer bedanke ich mich auch fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Likes. Vielen Dank und ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es steht nämlich definitiv eine Expedition an. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüssi.